Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7827 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das alles wächst in unserem Garten. Dafür brauchen wir keinen Supermarkt. Das alles wächst in unserem Garten. Dafür brauchen wir keinen Supermarkt. Der nächste Schachzug will genau überlegt sein. Der nächste Schachzug will genau überlegt sein. Das Leben auf dem Campus ist toll. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir wollen alle kennenlernen. Das Leben auf dem Campus ist toll. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir wollen alle kennenlernen. Das Leben auf dem Campus ist toll. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir wollen alle kennenlernen. Der Einstellungsprozess hat begonnen. Der Raum ist voll mit Bewerbern. Der Raum ist voll mit Bewerbern. Die Mathematik umfasst verschiedene Bereiche wie Algebra, Geometrie und Statistik. Die Mathematik umfasst verschiedene Bereiche wie Algebra, Geometrie und Statistik. Die Mathematik umfasst verschiedene Bereiche wie Algebra, Geometrie und Statistik. Die Mathematik umfasst verschiedene Bereiche wie Algebra, Geometrie und Statistik. Wir haben den ganzen Tag gespielt. Die Mathematik umfasst verschiedene Bereiche wie Algebra, Geometrie und Statistik. Es ist immer wichtig, genügend hydriert zu sein. Ob kalt oder warm, Sommer oder Winter, es ist immer wichtig, genügend hydriert zu sein. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.